Musik Heiho Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online Das war gerade eine falsche Begrüßungsverse, ne? Eigentlich sollte das heißen, in der wunderbaren Welt von The Elder Scrolls Online begrüße ich euch Ja, lass uns mal so stehen So, letztens haben wir ja die liebe Lyris aus ihrem, ähm, seelischen Gefängnis gerettet Ich würde sagen, wir werden mal diese Mauer da drüben besteigen und dann wahrscheinlich wieder ein holographisches Abbild des Propheten erhalten Ich bin mir ziemlich sicher Herr Prophet? Das ist so krass Ja, natürlich, natürlich komme ich zur Zuflucht Warum, es sind fünf Minuten vergangen, seitdem ich mit dir geredet habe, in der Zuflucht Hättest du dann nicht einfach sagen können, ja warte fünf Minuten, dann kriege ich mich wieder ein und können wir weitermachen Aber nein, er muss uns nach draußen schicken Und ja, zwei Ladesquiz umsonst, aber egal Ich mach die Quest mal wieder aktiv So, zur Zuflucht Mal sehen, was der liebe Prophet diesmal für uns parat hat Aber immer wirklich diese heilige Mauer, ne? Geht man in die andere Richtung, muss man länger warten Geht man in diese Richtung, in die wir gerade gegangen sind Dann ist quasi die Mauer der Trigger Das ist so eine magische Mauer Ich weiß nicht, woran das liegt, aber Ich finde die Mauer geil Weil sie gibt einen geilen Quest Und diese Quest wird geil Im Moment ist es noch so ein bisschen Ähm Ja, ihr habt es richtig gesehen Ich habe einen Vergiftungseffekt auf mein Schwert Und ich habe übrigens auch eine neue Rüstung angelegt Wir haben jetzt ein bisschen enger geschnallt, um auch ein bisschen effektiv im Kampf vorgehen zu können Das ist natürlich rein optisch gesehen, aber Ich finde es einfach Ich finde die neue Rüstung geil Ich finde den Style, den unsere liebe Ankora gerade austrägt, sehr schön Ja Gefällt mir Mir gefällt das Gewand Welches die liebe Ankora hier zur Schau trägt Sehr, sehr gut Ja, ich mag das Die sind so ein bisschen kriegerisch, aber auch so ein bisschen modern Also im Sinne von mittelalterlich modern Nicht so klassisch Umgang, wie wir letztens hatten Mit der Bretonischen Heldenrüstung Das hier ist ja die Elfische Heldenrüstung Wir tragen nur Heldenrüstungen Das ist unglaublich Wir sind voll die Promos So, Herr Prophet, was gibt es denn? Gut, gut Ihr seid in Sicherheit Das Glück hat uns noch nicht ganz verlassen Stimmt etwas nicht, Prophet? Trotz der vielen Tage der Meditation und des Hellsehens Entzieht sich mir Sai Sahans Aufenthaltsort noch immer Die Projektion, die ihr in der Gießerei des Leids erlebt habt Zeigte ihnen große Gefahr Wenn wir ihn finden wollen, werde ich eure Hilfe brauchen Entseelte Und wie genau kann ich euch helfen, Herr Prophet? Sai mag von meinem Blick verborgen bleiben Doch Lyris bringt die Nachricht Dass ein Handlanger des Feindes in Wulkilwacht lauert Den Leuten liegt Furcht auf der Seele Die Finsternis wandelt unter ihnen Selbst ein Blinder merkt es Es ist das Werk Manni Markus Selbst ein Blinder merkt es Gerade ein Blinder merkt es, ne? Mein lieber Blinderfreund Wie kann ich... Wie kann uns das jetzt helfen? Wie kann uns dieses kleine Detail denn helfen? Wenn es wirklich ein Scherge von Manni Markus Wurmkult ist Könnte uns das einen Hinweis liefern, der unsere Suche beschleunigt Such diesen Agenten auf Aber seid auf der Hut Der Wurmkult ist ein Kult der Nekromantie Und die Untoten sind furchteinflößende Gegner Oh, das mag stimmen Wie kann ich diesen Schergen finden? Geht nach Wulkilwacht Sprecht mit dem Fischer Medier und dem Jongleur Diranor Von ihren Lippen hörte Lyris zum ersten Mal von dem Übel, das in den Schatten lauert Findet diesen Schergen des Bösen Kehrsöhnlichen Besitz zurück, den er bei sich trägt Okay, ich werde das finden und dann zurückkehren Oder besser gesagt Wir versuchen etwas zu finden und dann zurückzukehren Also zurückkehren tut man auf jeden Fall, aber Mal gucken, wenn wir was finden Durchsucht Wulkilwacht Es geht einmal nicht nach Kalthafen in dieser Questreihe Das ist schön, okay Wir kommen doch einmal in dieser Questreihe Ein bisschen weiter bis zu unserer magischen Mauer Das finde ich sehr schön Wir können endlich mal Wulkilwacht Die Stadt am Meer Was eigentlich sogar unsere Startstadt ist eigentlich Das ist, glaube ich, in unserem Heimatland die Anfangsstadt Für mich nicht ganz irre Auredon Durch den Erwerb der digitalen Imperial Edition erhaltet die Zukunft, was er folgt Das weiß ich doch Du brauchst mir hier nicht Tipps hinschreiben, die ich schon weiß, liebe Spiel Bitte Ich habe hier noch keinen einzigen Tipp gelesen Ich weiß Der Anfänger ist das Spiel ganz geil Guck mal Wenn ich das Schwert ziehe Sie hat diesen Gift-Effekt Ich finde das geil Mein Schwert ist vergiftet Das ist jetzt eine giftige Klinge Und auch hier draußen in der Sonne Kommt unsere Rüstung richtig geil zur Geltung Ich mag diesen Versilberten Oder man sagt Hochglanzpolierten Stahleffekte sehr gerne Und auch dazu dieses geraute Leder Das ist sehr schön Ich achte bei diesem Spiel sehr auf Optik Ist das schon aufgefallen? Ich weiß nicht, woran das liegt Und ich habe auch schon eine Rüstung im Blick für Das große Finale dieser Quest Ja, diese Quest wird Spätestens im letzten Drittel sehr, sehr Episch, würde ich es mal nennen Gerade das Finale selbst Dieser Doch Ich glaube es ist sogar die größte Quest Oder ich sage einer der größten Quests Also gerade das Finale wird Mega bombastisch Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen Also Wenn ihr nur das Finale sehen wollt Kommt in etwa 25 Folgen wieder Ich glaube wir sind sogar schon bei Folge 30 Ne, wir sind glaube ich schon drüber Wir sollten schon über Folge 30 sein Also ich nehme das alles hier am Stück auf Ich habe keinen Überblick mehr Bei welcher Folge wir gerade sind Denn Ja Da verliert man leicht den Überblick Wenn man So viele Folgen Voraus auf Und Was ist das da drüben? Was kommen wir da hin? Sprecht mit Media Okay Dann wollen wir mit dem Leben Media sprechen Das sind wir da vorbeigelaufen gerade vorhin Ist es ein Bootsmann? Es scheint ein Bootsmann zu sein Achso, wir wollen ja jetzt ja Hinweise suchen Für Aktivitäten des Wurmkultes Media Mein lieber Khajiit-Freund Es ist ein schöner Tag, nicht wahr? Die Fische beißen Und das Wasser Beruhigt mich Das ist übrigens auch das Schöne an dem Spiel Man kann wirklich mit jeder Person Die man hier an der Straße sieht Reden Es hat zwar nicht jede eine Quest für dich Also es hat nicht jede Person eine Quest für dich Aber du kannst wirklich mit jeder reden Ein bisschen darüber schnacken Wie schön der Tag ist Ob der Fischfang läuft Ob der Markt geil ist heute Und was habe ich so erlebt Man kann wirklich mit jeder Person sprechen In dieser Welt steckt so viel Leben Das ist einfach so schön Habt ihr irgendwelche seltsamen Fremden Hier rumschleichen gesehen? Wir kommen einfach mal direkt zur Sache Dieser glaubt, dass ihr ein bisschen seltsam seid Ich scherze Ich scherze Ich erinnere mich Einen kaiserlichen Um den Leuchtturm herumschleichen gesehen zu haben Schreckhaft wie ein scheues Reh Er glaubt Ich würde ihn nicht bemerken Aber dieser hat scharfe Augen Hier sieht man auch ganz gut Eine Stärke des Spiels Es gibt mehrere Möglichkeiten Ein Gespräch weiterzuführen Da gibt es einerseits die Möglichkeit Ihn zu bestechen Dann einfach Normal weiterzureden Dann gibt es noch die Möglichkeit Ihn zu drohen Die Möglichkeit haben wir hier nicht Und dann gibt es noch die Möglichkeit Ihn zu überreden Und ich glaube die Möglichkeit Ihn zu schmeicheln Gibt es da glaube ich auch noch Die Möglichkeiten gibt es glaube ich Die vier Möglichkeiten Fünf Möglichkeiten Ein Gespräch voranzutreiben Wir werden ihn einfach mal bestechen Oder? Gibt es sonst noch etwas? Ne komm wir bestechen ihn gleich Komm Wir haben jetzt keine Zeit zu verlieren Wir sind ein bisschen flüssig gerade Und da können wir auch ein bisschen Ich komme mit 34 Gold Komm ganz da Der arme Fischer Oh ja Der Kaiserliche hielt sich für sehr unauffällig Aber dieser hat ihn in den Leuchtturm gehen sehen Zusammen mit einem anderen Mann Sehr schlank und weiß Wie tot Sie dachten nicht Dass dieser Kajid hinschaut Aber dieser sieht ganz hervorragend aus Den Augenwinkeln Oh ja Dann wollen wir da mal hingehen Um zu meiner Auskundschaften Ein bleicher weißer Mann So gut wie tot Im Aussehen bestimmt Ähm Ja okay Das hört sich wirklich nach einem Wurmkultisten an Also nach Necromantie Wenn ihr schon von Leuten geredet Wird die tot aussehen Geil Du hast meinen Panther geklaut Das ist mein Reittier Aber der hat auch das Das Pad dazu Geiler tut Geiler tut Ja Ich weiß nicht woran das liegt Aber Style ist mir in solchen Spielen enorm wichtig Ich meine wenn schon tausende andere Spieler dich sehen Dann willst du auch ein bisschen in Erinnerung schinden oder? Ich meine So hier sind wir schon Die Rano Ich hoffe ihr erwartet keine Vorführung Ich musste meine Ausrüstung und meine Instrumente verkaufen Nur um durchzukommen Die Zeiten sind hart meine Freundin Hey da Hatte dir in letzter Zeit irgendwelche seltsam aussehenden Kunden Wie wir einfach immer direkt zur Sache kommen Wir können einfach ein bisschen schnacken Aber nein Ein bisschen im Stress Witzig das ihr fragt Ha da sehen wir es Vor ein paar Tagen war da dieser sonderbare Kerl von den Kaiserlichen in der Stadt Er hat nach den örtlichen Friedhöfen gefragt Er meinte er würde versuchen die letzte Ruhestätte seiner Großtante zu finden Ja genau Und ich bin Königin Eyrens Kammerdiener Und hier sind wir schon an der Art Ein Gespräch weiter voran zu treiben Einschüchtern Das Wenn du diese Aktion genommen hast Geht es keinen zurück Normalerweise kann man ein Gespräch immer neu starten Indem man auf Leibwohl klickt und dann einfach neu starten Aber solche Entscheidungen die rot gekennzeichnet sind Sind endgültig Wir werden einfach mal drohen Komm wir sind ein Badass Girl Habt ihr gerade Königin Eyren geschmäht Ich sollte euch umgehend festnehmen Kann ich nehmen weil Wir benötigen das Einschüchterntalent um diese Option wählen zu können Achse ja da war ja was Das haben wir nicht geskillt Fuck Das ist eine Fertigkeit der Kriergilde Und in der Kriergilde sind wir noch nicht Mann Ich hätte gerne den jetzt eingeschüchtert Aber nein wir dürfen nicht Wir haben das leider nicht geskillt Wir haben Wir müssen jetzt zuerst lernen Wie man richtig einschüchtert Okay gut Dann reden wir einfach mal so Irgendwann heißen Brei Zuletzt sah ich ihn auf dem Weg zum Leuchtturm Okay Dann war das Drohnen also Nutzlos eigentlich Aber ich finde einfach lustiger Wenn man die lustigeren Sachen wählt Um einfach ein bisschen ein schöneres Gespräch Ein vielfältigeres Gespräch zu bekommen Das finde ich einfach manchmal ein bisschen cooler Man kann natürlich auch komplett ohne dieses Einschüchternt Und ohne dieses Überreden und so Kann man auch durchkommen Weil es sind Skillungen Und Skillungen hat nicht jede Und die will auch nicht jeder Skillen Deswegen kommt man trotzdem durch jede Quest Ja das Spiel ist offen Ähm Wie komme ich denn da am besten hoch Da auch ein bisschen weiter Kann man da am besten nach Ich lerne auch gerade ziemlich viel ohne Reitier Felt mich gerade auf Kann ich das nicht klauen? Nein kann ich nicht Rayon Lass das Spiel legal Ja aber lustig wenn man das machen könnte Und dann die Die ganze Stadtwache hinter einem her ist Was keine gute Idee ist Man kann die Stadtwache wütend machen Wenn man Sachen stiehlt und so weiter Und das werden wir nicht machen Denn die Stadtwache ist Extremst Stark Ich sage OP Die kriegst du nicht klein Das ist nicht so wie ein Skalm Wo du einfach mal ganz Weißlauf niedermetzeln kannst Nein Die Stadtwache hier ist Krass Und mit krass meine ich krass Da kriegst du nicht down Und wenn du Veteranen Rang 600 bist Kriegst du nicht down So dann gehen wir mal hier rein Man kann auch wirklich hier alles aufheben Das ist natürlich gerade nicht Weil das Teil der Requisite ist Aber sonst kann man eigentlich meistens Aber alles aufheben Hier siehst du Brot zum Beispiel Bananen Systemmarkt schön Ähm wir müssen Müssen wir hoch Geht in den Keller Systemmarkt wir müssen gar nicht hoch Verlassener Keller Ist ein Soloverlies Wieder mal Ich glaube die Hauptquest die wir gerade bestreiten Ist allgemein eine Soloquest Weil Die Wadenfeldquest 3 Die wir als erstes gemacht haben Ähm da war keine einzige Soloverlies dabei Wenn ich nicht ganz irre Aber hier sind wirklich Alle größeren Dungeons Würde ich sie mal nennen Kaltabend ist kein Dungeon Marion was lauerst du Ähm alle größeren Gebiete Wo man rein muss Sind Soloverliese Vorerst Später wird sich das ändern glaube ich Boah ich glaube Später kann man sogar Normal hier rein Oder bleibt das immer ein Soloverlies Ich habe keine Ahnung Nette Versuch Ja ich weiß genau was in der Falle ist Ich will es euch zeigen Kann ich nicht antäuschen Ach komm Ich kann nicht antäuschen Kann der Bär das auslösen Ich will zeigen Ach scheiße hat mich doch erwischt Das sind so Spitzen die rauskommen Und die einen verlangsamen Keine Ahnung wie soll die einen verlangsamen Och Skelettschütze Ja hei Mein kleiner Lüferfreund Der hat auch nicht groß Eine Chance gegen uns Mein lieber Bär Du bist ein wilder Wächter Hm Die hier haben wir auch Irgendwann umskillen Du wirst Irgendwann Zu einem richtig krassen Wächter Zu einem erweckten Wächter Zu einem ewigen Wächter Wenn die Skillungen Dann noch so heißen Die wurden glaube ich Schon dreimal geändert Diese Ähm Tiergefährten Skillnamen Ich weiß nicht Wieso sie das machen Keine Ahnung Ich habe da überhaupt Keinen Überblick mehr Deswegen gucke ich auch Gerne meinem Skillbaum nach Um euch Da nicht irgendwas vorzulögen Und ich werde auch öfters mal Jetzt die Tierfertigkeiten einsetzen Da das gewünscht wurde in den Kommentar Ja ich lese Kommentare Und da diese Kommentare Auf YouTube geschrieben worden sind Nehme ich sie sogar ernst Ich sage nochmal YouTube nicht Twitter Dankeschön Leute Ja dann wollen wir den Skelettkrieger Hier mal klein kriegen Da hast du lieber Antora Natürlich Überhaupt keine Probleme Ach Ich rede noch davon Dass ich Tierfertigkeiten einsetzen bin Was mache ich? Bärlich kriegst du das alleine Dann muss ich helfen Helfen wir Hatz 9000 Mit einem Schlag Das ist schon leicht krass Wo sind wir denn hier? Ach hei Wie geht's dir so? Bärli Hilfst du mir mal? Alter der macht Schaden Der macht fucking Schaden Ach komm den kriegen wir down oder? Okay das ist ein Bannkreis Wo ich nicht rein will Ich muss mich stunnen Ich habe keine Ich habe keine Magik Um mich zu stunnen Oh scheiße Ich muss mich heilen Heiltränke for the win Ja ich habe Heiltränke ausgelöst Ich darf nicht so viel Ich bin gerade Ich bin gerade echt Am Probleme haben Fuck Nein Oh man Ne das ist nicht dein Ernst Ne ich will hier respawnen Ich krieg den hin Was hat uns der jetzt gerade getötet? Das war der Bannkreis Der Bannkreis hat uns vergiftet Das ist echt nicht geil Okay wir gehen mal ein bisschen zurück Und versuchen ein bisschen nochmal mit Strategie Solche Gegner ne Das ist jetzt zum Beispiel Ein Gegner Ähm Den wir Müssen wir den tücken? Doch da steht Untersuch den Das unterirdische Gewölbe Wir kriegen das hin Leute ich glaube an uns Bärli Fass So ein zweiter Versuch Ich krieg den hin Bärli drauf Und diesmal werde ich meine Magikar nicht umsonst einsetzen Okay ich werde einfach mal den Bannkreis weghauen Und wenn er weg ist Geh ich drauf So Aber wenn er seinen komischen Bannkreis hat Kann er mich nicht mit Infekten vollsaugen Das mit dem Bannkreis habe ich ein bisschen Ähm Den Radius unterschätzt Ich dachte dieser Bannkreis Den er da gewirkt hat Jetzt haben wir natürlich Gar kein Problem Der Bannkreis Das war nicht wirklich ein Bannkreis Das war eher so ein Effekt den er hinplast Und damit den ganzen Raum vollspammt Also wir hatten nicht wirklich eine Chance dagegen Oder besser gesagt Wenn der hier sein Totem aufstellt Dann ist der ganze Raum quasi mit diesem Effekt gefüllt Und nicht nur der Kreis der hier auf Boden angezeigt wird Was ein bisschen komisch gemacht ist Weil es gibt Bannkreise Die dann wirklich nur in diesem Gebiet Und dann ist das auch rot gezeichnet Rian, du solltest mitdenken Was du gerade lauerst Kugel der Zwiesprache Was hat diese Unterbrechung zu bedeuten? Warum tretet ihr mit mir in Kontakt? Ähm Ja der lebt nicht mehr Es tut mir leid Ich glaube der weiß nicht Mit wem er gerade redet Kann das sein? Ähm ich bin der Praktikant Hi Ich bin Abnotarn Der Meister und ich sind sehr beschäftigt Das sollte besser wichtig sein Moment mal Ich kenne euer Gesicht nicht Weist euch aus Sofort Bin der Praktikant Hab ich doch gesagt Äh wer ich? Ja ich meine euch Ihr geistloses Geschöpf Was? Habt ihr mich etwa nur zufällig kontaktiert? Können wir überreden? Wahrscheinlich dann auch nicht Ne? Ich habe mir die überreden Haben wir genug überreden geskillt mit diesem Charakter? Ich habe keine Ahnung Ähm Vergebt mir mein Herr Aber ich habe von etwas gehört Und das euch von Interesse sein könnte Wir versuchen es einfach mal Nein überreden können wir auch nicht Weil wir jetzt nicht geskillt haben Mann Ich muss das auf jeden Fall skillen Auf jeden Fall Ich werde auch screenen mal Zu Kriegergelder Zu Magiergelder Und so den ganzen Gilden laufen Und mal das Ganze Zeug besorgen Denn ich will diese Optionen in den In den Gesprächen haben Ich will die doch ausleben Denn Guckt euch das an In rot geschrieben Das 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 sagt doch förmlich Das schreit mich doch förmlich an Bitte drückt drauf Ich bin nicht umsonst Komm Wer seid ihr? Wie könnt ihr es wagen In einer solchen Weise Mit mir zu Ach sorry Wartet Ihr seid gar keiner Der unsere Nicht wahr? Ich zeige mich interessiert Ihr sprecht mit Abnotaren Dem Oberbefehlshaber Von Nibenei Und Kanzler Des Ältesten Rats Der kaiserliche Kanzler Aber was macht Ihr hier? Hier In einer Kamera In einer Kamera Der Wurmkultisten Der große Kaiserliche Kanzler Oh Berichtigt mich Sollte ich falsch liegen Aber ihr seid mit mir In Verbindung getreten Faszinierend Ich frage mich Ob ihr nur eine verirrte Einheimische seid Oder mehr als das Doch Wenn du wüsstest Ich suche nach Saisa Hahn Wer musst du gerade nicht wissen Ihr? Wirklich? Ich hätte nicht gedacht Dass dieser Rotwardone Auch nur einen einzigen Freund hätte Zumindest nicht in dieser Welt Lasst mich euch Einen kostenlosen Rat erteilen Vergesst Saisa Hahn Selbst wenn ich euch Verraten würde Wo er ist So wäre ein Rettungsversuch Selbstmord Ach Ihr habt doch gerade verraten Dann wisst ihr also Wo unser lieber Freund ist Selbstverständlich Aber denkt ihr wirklich Ich würde euch das verraten Und riskieren Mir meine Markus Zorn zuzuziehen? Ich denke nicht Ah Der Herr dieses Orts Kehrt zurück Und er sieht nicht erfreut aus Lebt wohl Was Okay Ich glaube das ist jetzt Ein etwas stärkerer Boss Gegner der gerade hinter uns Erscheint Und der nicht nötig Wie diese Quest ist Oder besser gesagt Der in die Quest relevant ist Dass wir ihn besiegen Deswegen wird er Wahrscheinlich Etwas heftiger sein Ich hab Schiss Was Ich hab keinen Bock Ihr Geht da sofort weg Nein Ich hab keinen Bock Verpiss dich Ich hab keine Magik mehr Fuck you Bärli Du hältst das doch raus Oder Ich glaube schon Gut dass er gerade Als Tank fungiert Deswegen haben wir gerade Seht ihr was der für ein Damage Alter Habt ihr gerade gesehen Was der den Bären Für ein Damage gegeben hat Der müsste tot sein Wie viel Wie viel lebenspunkte Hast du Hätte der uns direkt angegriffen Wir wären tot gewesen Instant Also nicht instant Aber nach Ca. 15 Sekunden Bärli ich liebe dich Früher fand ich den Eis schon geiler Weil es einfach effektechnisch geiler ist Aber jetzt Bärli Weiß ich dich Du bist mein Schatz Ah Rein theoretisch Kann ich den Bärli Bären skinnen Gucken Kann ich das schon verändern Nein Wir sind ja bei Stufe 2 Ich glaube bei Stufe 5 geht das erst Schade Und ich freue mich schon auf den Netschku Ähm Ja Okay Aber egal Leute Wir haben wirklich diesen Boss besiegt Finde ich gut Okay finde ich geil Vielleicht haben wir so ein bisschen Den Champion Punkten zu verurteilen Aber Ja Doch der Bär hat ja Arbeit gemacht Äh Lob den Bären So Leute Ich würde sagen Das ist gewissens damit Diese Folge von Will das Cross Online Ähm Nächste Folge wäre jetzt auf jeden Fall Vielleicht ein bisschen spannender Vielleicht geht es auch nächste Woche Nächste Woche Was lache ich Nächste Folge wieder nach Kalthafen Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf Die liebenen Sides Haaren zu retten Diese Quest wird auf jeden Fall noch ziemlich lang gehen Aber was schnack ich eigentlich Ihr seht das doch eh in den nächsten Folgen So ich verabschiede mich mit einem Ransack Ciao Macht's gut Und bis zum nächsten Mal Leute Lasst eine kleine Bewertung da Und auch ein nettes Kommentar Tschö Leute Das war's für heute Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amen. 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 Amen.